Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, unser Sachsen-Anhalt steht vor großen Herausforderungen. Wir können sie meistern, wenn wir nicht Stimmung machen auf dem Rücken der Schwachen und der Menschen, die Schutz brauchen. Wir kommen aber nur voran, wenn wir die Probleme von heute und die Aufgaben von morgen mit klarem Blick und sicherer Hand angehen. Wir alle gemeinsam. Unser Land hat große Chancen und Möglichkeiten, aber es wird unter Wert regiert. Ich stehe für ein starkes, ein gerechtes Sachsen-Anhalt. Ich will Ministerpräsidentin werden, um die Potenziale Sachsen-Anhalts endlich voll zu nutzen. Ein starkes, ein gerechtes, ein solidarisches Sachsen-Anhalt. Das schaffen wir nur gemeinsam. Machen Sie mit. Es ist Zeit, Farbe zu bekennen. Und glauben Sie mir, wir können deutlich mehr als früh aufstehen. Es ist Zeit für Zukunft. Am 13. März. Katrin Budde und die SPD wählen. Ah okay! Dr. Marc. Enfании dieses PS- Franeksın-V markig. junge Petacon Помets. Wenn er jemandenfaaten kann. Er ist Zeit, withdraw oder wie das Lewis beheben.